Willkommen hier in der Zwergenfestung zum ersten Video außerhalb der Tutorial-Reihe. Auf Anfrage habe ich ein eigentlich erst in 5-6 Tutorials geplantes Video vorgezogen, weil mich das Ergebnis des Themas auch sehr interessierte. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an Philipp Freibauer für den notwendigen Schubs in die Richtung. Heute geht es um den Vergleich der verschiedenen Dwarf Fortress Tilesets, also den Grafik-Packs, die das Spiel sehr unterschiedlich aussehen lassen können. Ich zeige dir die Vor- und Nachteile, bewerte die Grafik- und Schriftart und stelle final die besten Tilesets aufs Treppchen. Das aber alles nach dem Intro. Die ursprüngliche Grafik von Dwarf Fortress ist sehr gewöhnungsbedürftig. Alle Objekte in der Spielwelt werden rein als ASCII-Zeichen dargestellt, also Buchstaben, Ziffern und allerlei Symbole. Da muss man schon auswendig wissen, dass ein kleines G ein Goblin und ein großes B ein Bär ist oder eben ständig nachsehen, ob sich gerade Freund oder Feind durch die Festung bewegt. Grafik war für Tarn und Zach Adams nie wirklich im Fokus. Es ging um das Spielerlebnis selbst und die Tiefe und Komplexität des Spiels. Der Preis dafür war und ist eines der Gründe, weswegen Dwarf Fortress ein so hohes Einstiegslevel hat. Eine echt harte Lernkurve, denn intuitiv war mit der ASCII-Grafik erstmal fast nichts. Aber dafür gab es ja dann nach und nach Abhilfe. Tilesets gibt es für Dwarf Fortress mittlerweile gefühlt wie Sand am Meer. Ich werde mich in diesem Vergleich daher nur auf die im Dwarf Fortress Starter Pack standardmäßig verfügbaren Tilesets beschränken, da diese ja auch nicht umsonst mitgeliefert werden. Das Tileset zu ändern geht in Dwarf Fortress Starter Pack sehr einfach. Auf der Registerkarte Graphics sieht man die installierten Tilesets. Hier genügt ein Doppelklick auf einen Grafikpack und die Grafik wird geändert. Damit die Save Games auch vernünftig mit der neuen Grafik laufen, müssen diese auch noch angepasst werden. Das kann man bei dem zweiten Dialogfeld bestätigen. Das war's auch schon. Ich habe zum Zwecke des Vergleichs eine kleine Festung aufgebaut, an der man die Unterschiede zwischen den verschiedenen Tilesets ausmachen kann. Als erstes fangen wir mit dem eben erwähnten klassischen ASCII-Tileset an. Es läuft schnell und man fühlt sich direkt irgendwie heimisch in den 80ern und traut den vermeintlichen DOS-Spiel eigentlich gar nicht so viel Komplexität zu, wie es in Wirklichkeit hat. Ganz klar für die ganz eingefleischten Fans und Hardcore-Spieler der ersten Stunde und für alle, die kopftechnisch mit dem Spiel an sich noch nicht genug ausgelastet sind. Das zweite Tileset ist CLA. Es ist sehr stark angelehnt an die ursprüngliche ASCII-Grafik, bringt nur ein klein wenig mehr Farbe rein und verbessert durch quadratische statt rechteckige Grafikeinheiten ein wenig die Übersicht. Auch haben die verschiedenen Nicht-Tier-Kreaturen wie Zwerge, Menschen usw. unterschiedliche Grafiken und die Buchstaben, die Tiere darstellen sollen, sind ein wenig abgewandelt bzw. verschönert worden, um das Erkennen zu erleichtern. Das Tileset Dungeon Set ist das erste, welches aus meiner Sicht den Namen Tileset auch wirklich verdient hat. Es erzeugt meiner Meinung nach auch ein tolles Mittelalter-Feeling. Auch die Schrift erinnert mich an den ersten Baldur's Gate-Teil oder andere Rollenspiel-Klassiker aus den 90ern. Die Stimmung kommt auf jeden Fall gut rüber. Ich habe nur leider bei mir festgestellt, dass es scheinbar nicht stabil läuft, wenn man ein Save-Game auf Dungeon-Set updatet. Hier verabschiedet sich das Spiel immer, sobald man die Pause beendet. Das sollte natürlich nicht so sein, aber daher zeige ich hier ein alternatives Spiel, welches ich extra mit diesem Tileset begonnen habe. Gemset ist wieder ein wenig näher am ASCII-Original. Es existieren aber dennoch viele Grafiken. Mir persönlich ist es allerdings ein klein wenig zu klobig, als dass ich damit glücklich werden könnte. Die Zwerge kann man zwar ganz gut auseinanderhalten, aber ich vermisse dennoch ein wenig mehr Details in den Texturen. Dafür sind die Tiere aber eigentlich ganz putzig geworden. Ironhand ist das Tileset meiner ersten Stunde. Mit dem habe ich bisher wohl am meisten gespielt. Bevor ich das Dwarf Fortress Starter Pack kannte, war die Ironhand-Version die einzige Grafik-Version von Dwarf Fortress die ich kennengelernt habe. Alles ist sehr sauber und einfach zu erkennen. Personen, Tiere und Gegenstände sind hübsch designed. Das alles kombiniert mit einer gut leserlichen und platzsparenden Standardschriftart. Hier ist die Welt in Ordnung. Es sind allerdings auch nicht für alle Objekte Grafiken eingebaut. Das sieht man an der einen oder anderen Stelle. Mayday ist etwas heller gehalten. Die Personengrafiken sind etwas pixeliger. Ich musste spontan an den ersten Teil von Die Siedler denken, als ich die Grafik gesehen habe. Liebevoll gestaltet ist sie dennoch. Alles ist gut erkennbar. Mir sind allerdings einige Farben etwas zu intensiv, besonders an der Oberfläche außerhalb der Festung. MeV und Fordak Light ist eine Kombination aus dem MeV-Teilset und dem Fordak-Teilset, welche zukünftig übrigens nur noch getrennt veröffentlicht werden. Anhand meiner Aufnahmen kann man nur einen minimalen Teil des gesamten Teilsets erahnen. Beide Teilsets erhalten abertausende liebevoll gezeichnete Grafiken mit deutlich höherer Auflösung. Das MeV-Teilset kam mir durch einige Demo-Bilder im Internet noch etwas umfangreicher vor, aber das kann eventuell nur ein Trugschluss sein. Fakt ist, dass man sich hier richtig Mühe gegeben hat. Wer auf Details und viel Abwechslung steht, wird hier wohl fündig werden. Allerdings scheint dieses Teilset sehr fehleranfällig zu sein. Bei jedem Etagenwechsel meines Safe Games stürzt das Spiel ausnahmslos immer ab. Und bei neuen Spielen ebenfalls spontan, nur habe ich da noch keinen Auslöser für gefunden. Vielleicht sollte man sich die MeV- und Fordak-Teilsets mal einzeln ansehen. Gegebenenfalls sind die dann stabiler. Nicht ganz so detailreich und hochauflösend ist das Teilset Obsidian. Das ist wieder etwas stärker an der Originalgrafik angelehnt und scheinbar auch nicht ganz vollständig. Ich tue mir immer selbst ein wenig schwer damit, wenn zwischendurch noch einige Zeichen wie ein Semikolon auftauchen oder der Hintergrund der Grafiken der Kreaturen nicht transparent ist. Das könnte man sicherlich noch ein wenig vervollständigen. Der Anfang ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht, aber es ist längst nicht alles so einfach zu erkennen. Etwas netter, aber nicht schrecklich viel anders ist Phöbus oder Phoebus. Da sind die Hintergründe der Zwerge zwar zumindest halbtransparent, aber es tauchen dennoch ab und an fehlende Grafiken auf. Die Farben sind aber etwas besser aufeinander abgestimmt als bei Obsidian. Bei Spacefox fällt mir gleich Zwerge mit riesigen Köpfen auf. Witzige Grafiken und insgesamt sehr hell gehaltenes Teilset. Dennoch für mich etwas gewöhnungsbedürftig. Es ist nicht so sehr verspielt und enthält nicht so viele klar erkennbare Grafiken. Mir fehlt es persönlich ein wenig an Atmosphäre, was sicherlich auch an den meines Erachtens viel zu knalligen Farben liegt. Dennoch stabil und clean, wenn man es nicht ganz so detailreich mag. Wettlinger ist mein Standard-Teilset, welches du vielleicht schon in all meinen bisherigen Tutorial-Videos gesehen hast. Es enthält unwahrscheinlich viele Details pro Grafikeinheit. Die Zwerge sind gut voneinander unterscheidbar, die Stimmung passt für mich und ich habe auch noch nie einen Absturz gehabt. Allerdings stelle ich öfters, aber eben nicht immer, flackernde Grafiken fest. Zum Beispiel, wenn sich die Zwerge oder Tiere bewegen. Der gleiche Effekt wie bei Mev und Fordak. Ich habe bislang noch keine Ahnung, woran das liegen könnte. Derzeit tritt es bei mir gleichermaßen bei Save Games, dessen Grafik ich abgeändert habe, wie bei neuen Spielen direkt mit der Grafik auf. Falls du eine Idee hast, woran es liegt, melde dich bitte. Aber alles in allem war ich damit bislang sehr zufrieden, was aber nicht heißt, dass ich nicht in Zukunft über den Tellerrand hinausschaue. Wenn wir nun nochmal schnell Revue passieren lassen, welche Schriftarten bei den verschiedenen Teilsets zum Einsatz gekommen sind, war dies nicht so sonderlich spannend. CLA finde ich ganz nett und Dungeon-Set war außergewöhnlich gut und stimmungsvoll. Danach hat eigentlich nur noch Gemset eine etwas andere geglättete, aber einigermaßen normale Schriftart, genauso wie bei der ASCII-Grafik. Alle anderen sind sonst abgesehen von der Farbe soweit übereinstimmend. Ganz klar gut laserlich, aber eben nichts besonderes. Tja, was ist denn nun mein Favorit? Das zu beantworten ist nicht so ganz einfach. Die ASCII-Grafik und ähnliche Teilsets kommen für mich selbst zumindest nicht in Betracht. Ich finde aber, dass die Wahl des Teilsets nicht nur individueller Geschmack ist, sondern auch ein Stück weit Gewöhnungssache. Denn bei komplett anderen Grafiken nach monatelanger Gewöhnung an ein bestimmtes Teilset muss das Gehirn ja auch wieder etwas umtrainiert werden. Nach diesem kleinen Exkurs würde ich aber meine drei persönlichen Favoriten wie folgt nominieren. Platz 3 das Dungeon-Set. Aufgrund der genialen Schrift und der eigenen sehr sauberen Grafiken entsteht irgendwie ein ganz anderes Spielgefühl. Hier werde ich sicherlich mal ein längeres Spiel einplanen und schauen, wie mir das so auf Dauer gefällt. Platz 2 ist für mich Ironhand. Der stabile Klassiker, der bereits viele ASCII-Grafiken sauber umsetzt und auch gut zu erkennen ist. Und Platz 1 ist und bleibt bei mir Wettlinger. Eigentlich hätte hier nun nach diesem Vergleich Mev und Fordak stehen können, aber aufgrund der fiesen Abstürze wird das Teilset leider leider disqualifiziert. Ich werde demnächst allerdings mal beide Teilsets für sich einzeln auf ihre Stabilität testen. Dann könnte es tatsächlich sein, dass ich von Wettlinger dauerhaft umsteige. Welche Teilsets findest du denn am besten? Gibt es noch andere Teilsets, die nicht im Dora Fortress Starter Pack enthalten sind, die aus deiner Sicht aber dennoch sehr aus der Masse herausstechen? Schreib mir deinen Favoriten doch einfach in die Kommentare. Und wie immer Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat und abonniere gerne den Kanal, falls noch nicht geschehen. Falls dir etwas nicht so gut gefallen hat, gib mir gerne eine Rückmeldung, was hätte besser sein können. Danke und mach's gut!